Einer reinen Trakenermutter aus der Perjolie vom Freudenfest, auch der war einmal Siegerhengst für das Gestüt Himmelschenburg in Neumünster bei den Trakenern, dann Turnus, Linie der Peraea und wenn ich nicht ganz, ganz falsch liege, lieber Burkhardt, dein Pretorius, dein deutscher Meister ist, glaube ich, auch aus der Peraea-Linie gewesen, per allem irgendwas, behaupten wir jetzt einfach mal, ne? Ja, nicken, also Trakener Edelblut, Persson daraus gekürt, bis es erfolgreich aus der Urgroßmutter angepaart mit dem Altmeister Danone und das hat gut gepasst, typstarker Hengst vom 9. April Mit dem Danone-Hebel ausgestattet, Dankeschön! 40 am 28. April im schönen Buddjadingen bei Rundfunk.